Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Paul Walker, Kreuz 40, wird schmerzlich vermisst. Der Schauspieler wurde vor allem durch die Filmreihe Fast and Furious weltweit berühmt. 2013 erschütterten dann aber tragische Neuigkeiten die Welt. Der Filmproduzent kam bei einem Autounfall ums Leben. Der Tod des Filmstars hinterließ eine große Lücke im Leben seiner Angehörigen. Nun, neun Jahre nach seinem Tod, erinnerte Meadow Walker, 24, liebevoll an ihren Vater. Auf Instagram widmete Mido ihrem Vater einen bewegenden Beitrag. Die Brünette teilte einen alten Schnappschuss von dem Vater-Tochter-Duo, auf dem er ihr augenscheinlich das Bohlen beibringt. Neun Jahre Ich liebe dich so sehr, mein Engel, schrieb die heute 24-Jährige zu der herzerwärmenden Momentaufnahme. Hey guys, this is Ganjsham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.